Grüß Eng, ich bin Petra Raut von Oberland dabei und begrüße euch zum Newsflash. Corona Update. Bei der heutigen Pressekonferenz zeigt sich Landeshauptmann Günter Platter zufrieden mit der derzeitigen Corona-Situation in Tirol, mahnt aber gleichzeitig zur Vorsicht. Weiterhin gilt, Abstand halten das Virus allgemein nicht unterschätzen, Hygienevorschriften beachten, wachsam sein, bei Symptomen zu Hause bleiben. Außerdem steht es jedem frei, nach wie vor eine Maske zu tragen. Vor allem auch bei Veranstaltungen, die jetzt langsam wieder anfangen, setzt der Landeshauptmann auf die Eigenverantwortung. Wir von Oberland dabei wünschen euch noch einen schönen Abend und verabschieden uns mit dem Wetter. Untertitelung des ZDF für funk, 2017